Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Abigail, wann wirfst du das nächste Kind? Was sagt sie denn dazu? Ich frage mich um kurz zu einem Bauern, wie dir heranwachsen wird. Was soll das denn heißen? Einem Bauern wie mir? Ich habe dir dieses luxuriöse Leben überhaupt erst ermöglicht. Und damit schauen wir jetzt erstmal in unseren luxuriösen Weinkeller, der so langsam vor qualitativen Wein überläuft, wenn man sich das mal hier genauer anschaut. Nicht schlecht, Herr Specht. Also ich bin wirklich gespannt, wenn wir die alle wieder für die Amethyst... Heißt es Amethyst? Iridium-Qualität. Warum sage ich Amethyst? Iridium-Qualität, wenn wir es dafür verkaufen, wie krass das dann am Ende sein wird. Ich kann nur sagen oder vermuten, dass es extrem krass wird. Weil ich meine Frau eben ein wenig angeschrien habe, werde ich jetzt als Wiedergutmachung ihr eine der Geschenke machen, die sie besonders liebt. Nämlich das hier. Ich liebe so Zeugs ernsthaft. Du bist echt super, Waldis. Danke. Abigail, das wird aber nicht reichen, um dich schwanger zu kriegen. Los! Auf den Teppich dort! Nein. Nein, nein, nein. Einfach nein. Das soll ein familienfreundliches Let's Play sein. Von daher, lösch das. Das hat es nie gegeben. Anwalt ist... Hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden. Dass ich so etwas Low-Leveliges wie eine Pastinake überhaupt noch in die Hand nehme. Caroline. Also, da kannst du dir echt was drauf einbilden, dass ich das für dich tue. Erstmal werden wir jetzt hier unsere verschiedenen Sachen sammeln, die wir hergestellt haben in der letzten Folge. Kupfer brauchen wir auf jeden Fall noch. Mir kam eine interessante Idee, als ich so die letzten Folgen nochmal durchgeguckt habe. Ich hatte ja nie die Idee, wo ich mit den... Wie heißen die Dinger? Blitzableitern hin soll. Das war mir bisher nirgendwo klar eigentlich, weil ich finde, dass es auch keine so einfache Sache ist. Jetzt werden wir mal eben hier das ein wenig organisieren. Zu den Stapeln hinzufügen. Wir brauchen auf jeden Fall... Habe ich kein Eisenerz gekauft eigentlich? Es sieht fast so aus, als hätte ich das nicht getan, was mich ein wenig verwundert. Aber gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Wenn wir kamen zu den Blitzableitern, wie gesagt, eine gute Idee. Denn... Also, wir können... Wir können es uns nicht leisten, die Dinger einfach irgendwie abzubauen. Ich will aber platztechnisch auf jeden Fall... Ähm... Da ein bisschen was tun. Und deswegen... Habe ich mir folgenden Plottwist überlegt. Jetzt kommt's. Haltet eure Ohren fest, sonst schlackern sie nämlich weg. Also, wir nehmen die Dinger. Wir haben ja reichlich davon. Reichlich, reichlich. Hier sind offenbar keine mehr, okay. Und jetzt machen wir folgendes. Ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will, oder? Und ja, das ist mein Ernst. Ich werde einfach die Blitzableiter als fucking Zaun benutzen. Das sieht zwar nicht so schön aus, wie jetzt hier beispielsweise dieser Hartholz-Zaun. Aber, erstens, Blitzableiter gehen nie kaputt. Das bedeutet, wir haben dahingehend schon mal kein Problem. Und... Und das ist halt der zweite Vorteil. Sie nehmen dann keinen unnötigen zusätzlichen Space mehr weg. Was ich eigentlich als eine Win-Win-Situation jetzt ansehen würde. Von dieser Warte aus betrachtet. Ist der Elektrozaun geboren, wenn man so will. Ja. Ein wenig gefährlich. Ich möchte das vielleicht auch meinen Tieren nicht unbedingt zumuten. Aber... Denn später wird der Elektrozaun natürlich auch in diese Richtung gehen. Einzig blöde ist halt, dass man, glaube ich, die... Oder, aber die... Okay, die kann man ja lassen. Man kann ja bis hier lassen. Ja. Wenn wir das so machen... Da kann man ja das hier lassen. Sieht zwar auch nicht so geil aus. Aber wie gesagt, das ist eher eine praktische Lösung als eine Schönheitslösung. Und die praktische Lösung ist mir in diesem Fall wirklich wichtig. Ansonsten müssen wir natürlich weiterhin unsere Quest verfolgen. Perfekt. Sehr schön. Müssen wir noch weiterhin unsere Quest verfolgen. Mehrere von den Säulen, von den Obelisken hier zu bauen. Und dafür müssen wir in erster Linie Muscheln sammeln. Diese Miesmuscheln da. Ne, Venusmuscheln waren es. Und wir brauchen natürlich auch noch Kaktusfrucht und Kokosnuss. Das waren jetzt die nächsten Sachen, die wir für zwei der nächsten Obeliske brauchen. Da wächst auf jeden Fall schon mal Kaktus. Kaktus. Sehr schön. So. Dann machen wir noch mal die hier. Ja, keine Ahnung, wie ich auf einmal mit dieser Idee um die Ecke kam. Ich habe halt so überlegt, was machst du mit denen? Nach so vielen Spielstunden muss man sich ja auch immer noch wieder so ein bisschen neu erfinden. Und das war jetzt für mich so eine Sache, an der ich noch arbeiten wollte. Grundsätzlich müssen wir dann aber auch, wenn wir so viel Geld noch erwirtschaften, wie bisher. Irgendwann werden wir genug Geld haben. Wir werden genug Geld haben, um all das teure Endgame-Zeug zu kaufen. Und dann braucht man eventuell auch gar nicht mehr so viel Platz für die Pflanzen hier. Für das Saatgut. Da kann man dann eventuell sogar ganze Felder einstampfen. Weil die eben halt, wie gesagt, nicht mehr notwendig sind. Und sich dann nochmal, weiß ich nicht, mehr Platz für die Tiere oder so einfallen lassen. Denn der Channel des guten Waldes, der wächst ja. Es kommen neue Abonnenten, neue Abenteurer dazu, die sich der Abenteurer-Gilde anschließen. Und vielleicht wollen wir ja auch noch mehr Tiere haben. Damit wir mehr Namen unserer Abonnenten einbauen können. Logischerweise. Brauchen wir dann auch mehr Platz. So. Okay. Bis hierhin sind wir nun also. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was hier los ist. Erstmal nichts, okay. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich nicht genügend Geld gerade auf der hohen Kante. Auch nichts. Auch nichts. Und hier fehlen ja auch nicht mehr so viele Fässer. Okay. Unser Dollar Fischsteig hier. Da haben wir doch beim letzten Mal, glaube ich, zum ersten Mal diese Fischeier da nicht irgendwie gerade gesammelt in der letzten Folge. War das nicht so? Was habe ich mit den Fischeiern gemacht? Ich glaube, ich habe sie ins Einmachgefäß gemacht, oder? I'm not so sure. So. Okay. Wie viel Algen hatten wir? Da müssen wir eben nochmal schauen. Ich glaube, das war hier. Grünalge. Seetang 3. Da fehlen jetzt also noch zwei. Es fehlen vier Kokosnüsse. Kokosnüsse. Ja. Ich möchte in die Kalikowüste. Wir wollen eben nur nochmal gucken, ob wir dann nicht eventuell noch Kokosnüsse bekommen. Weil mir ja nur noch... Es fehlen mir nur noch vier. Das ist so wenig. Und ich würde gerne den... Obelisken. Hier in die Kalikowüste. Haben. Damit wir nicht mehr abhängig von Pam sind. Hier kriege ich aber gerade offensichtlich gar nichts. Was ein wenig schade ist. Hier sehe ich auch keine Kokosnüsse. Keine Kokosnüsse. Nope. Kann man hier eigentlich angeln. Was können wir hier angeln? Machen wir mal ein bisschen. Wenn wir schon mal hier sind, ganz ehrlich. Es ist ein Endgame-Fisch. Scheiße. Keine Ahnung, was das war. Aber es war schwierig zu fangen. Grünalge ist schon mal geil. Oh, der Sandfish. Oh, ich habe gerade sehr wenig Energie, sehe ich gerade. Woher kommt das denn? Woher kommt das, dass wir so wenig Energie haben? Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Ist letzte Nacht etwa irgendetwas geschehen? Hat Abigail sich vielleicht doch etwas mehr reingehängt? Was Nachwuchs für die Familie angeht? Eventuell. Tja, dann sind wir nach dieser Nacht quasi völlig fick und fertig gewesen. Wie die gute Nahrung. So, was haben wir da? Wieder ein Sandfisch. Scheint auch fast das einzige zu sein, was man hier irgendwie rausziehen kann. Zumindest jetzt um diese Uhrzeit. Bei dieser Jahreszeit. Oh. Ähm. Oh, das ist ja ein netter Fisch. Kommt mir sogar noch entgegen hier. Oh, interessant. Ich glaube, ich habe die aber beide schon. Wir nehmen sie trotzdem mal mit. Okay. Können wir bei Sandy eine Kokosnuss kaufen? Nein. Aber ein T-Shirt. Kaktussaat brauchen wir auch nicht. Na gut. Da gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Oh, hadder. Guckt euch mal die Dämmerung an hier. Es wird dunkel. Dann werden wir jetzt mal folgendes machen. Wir müssten ja theoretisch... Oh, nein. Was ist das denn? Wir werden jetzt mal gucken wegen den Fässern. Sieben Stück kann ich machen. Warum nur sieben? Warum nur sieben? Echt? Hatte ich nicht mehr Eichenharz? Nein? Sonderbar. Aber okay. Dann bringen wir das mal erstmal nach ganz unten. Wie es nämlich hier weiter geht direkt. Okay. Oh nein. Es wird dunkel. Dann ernten wir das mal. Es ist der ganz normale Sternfruchtwein, der uns so... ...dekadent hat werden lassen. Der berühmte Sternfruchtwein von der Batcave-Höhle-Hof. Batcave-Höhle ist auch nicht schlecht. Von der Bat-Höhle-Höhle. Nein. Von dem Batcave-Hof. So. Exzellente Qualität. Gehe ich einmal zum Strand kurz. Denn es ist ja hier auch immer noch die Idee, dass wir da Venus-Muscheln finden. Gott, wie sehr der Tag schon wieder an mir vorbeigezogen ist irgendwie. Hey, wie heißt der nochmal? Sam oder so? Jo. Ich komme gerade vom Arzt. Komplett gesund und munter, wie ich es erwartet hatte. Hey, Lea. Demnächst werde ich eine Gemüsepfanne mit Wildpilzen machen. Cool. Bring doch mal was vorbei. So gute Nachbarschaftsmäßig. Also hier liegt ja Zeug, aber ich finde es merkwürdig, dass in letzter Zeit keine Venus-Muscheln mehr hier rum lagen. Sonst lagen die doch immer irgendwie hier rum. Das ist das Einzige, was ich de facto dann noch brauche für die... für den Strand-Obelisk. Korall und so, das haben wir alles. Wir haben also nichts gefunden. Na gut. Ich glaube, das kann ich gerade so verknüsen. Pelikan ruhig wie immer des Nachts. Viel los ist hier ja nicht. Wir müssen auch mal bald wieder in den Saloon. Wir müssen auch dieses Spiel mal durchspielen, was wir da haben. Okay, wir bringen das weg. Sandfisch sehe ich jetzt auch nicht so die große Verwendung für... Wir hatten doch hier Eier, Trüffelöl noch. Hier, da hatten wir die Eier reingemacht. In der Hoffnung, dass da dann Kaviar draus wird. Wobei das wahrscheinlich nicht passiert. Das ist eigentlich das, was man vom Stör kennt. In unserer Welt zumindest. Ich weiß nicht, was da dann so in der Stardew-Welt abgeht. Ich glaube, man kann theoretisch manche von den Fischen auch hier in den Kühlschrank tun, oder? Ich meine, warum nicht? Auf jeden Fall auch der Schattenlachs. Das ist doch okay. Als nächstes... Alter, guckt euch die ganzen Haufen an. Da ist auch einer. Alles zugeschissen hier. Hätte ich direkt mit dem Club-Japaner herkommen müssen. So. Jesus. Okay. Nein, ich will die Aprikose nicht essen. Ich nehme diese Aprikose echt ab. Danke. Okay, dann haben wir heute eigentlich alles gemacht, was ich mir irgendwie hätte erträumen können. Was brauchen wir denn eigentlich noch für Eisenbarren, verfeinerter Quarz- und Fledermausflügel? Fledermausflügel sind doof, denn... Die brauchen wir auch für diesen Schmetterlingsstall da. Erinnert ihr euch den, den wir unbedingt haben wollen? Vor allen Dingen habe ich auch nichts Quarz-mäßiges mehr. Hm. Zu bestehenden Stapeln hinzufügen. Ihr kommt hier rein. Wieder 20 verschiedene Arten von... Ach, das ist so... Die niedrigen Qualitätsstufen kann ich eigentlich direkt mal einkassieren und wegbringen. Das wird doch schon wieder nervig. So, das kommt alles weg. Aber bloß nicht die Sternfrucht. Sonst weine ich nämlich. Okay, ich würde sagen, damit lasse ich es bei diesem Tag jetzt mal... Bei dem, was wir erlebt haben... Beruhen. Hier die... Meine epische Tafel, wo einfach ein einziger Stuhl dran steht. Cord, du sollst schlafen. Träum nicht von deinen zahlreichen zukünftigen Abenteuern, die du in Spellfoss erleben wirst, sondern... Schlafe. So, 100.000. Nice. Zwölfter Tag im Herbst des dritten Jahres. Hello. Wo hängt Abigail schon wieder da? Damit du es weißt, ich gehe heute in die Stadt. Okay, mach mal. Vielleicht kaufst du schon mal was ein für das nächste Kind oder so. Sehr schön. Ich finde das mit dem Zaun, glaube ich, ganz cool. Da sammeln die Unimos schon... ...mehr als fleißig. Und es sind, so wie ich das erkenne... ...Süßkartoffeln, oder? So. Ähm... Vielleicht ist die Kaktusfrucht vielleicht fertig Alter Die ist so dicht gedrängt, ich muss da wirklich was tun Das kann ich meinen Abonnenten doch nicht zumuten Das ist nicht gut Es tut mir leid, Leute Es tut mir schrecklich leid Dass ihr mich trotzdem noch liebt Das macht mich so glücklich Auch wenn jemand manchmal im Weg rum steht Oh, hier wird einfach mal ein ganzes Feld geerntet Da müssen wir auf jeden Fall Für Nachschub sorgen Guck mal, theoretisch können die Tiere auch hier rein rennen Bis jetzt haben sie es zwar nicht getan, aber sie könnten Die haben auch was geerntet Oh ja Du nicht Ihr auch wieder Und du wieder nicht Wie sieht es denn hier aus? Oh Gott, jetzt geht das wieder los Oh Gott Der Mogul schlägt wieder zu Aber sowas von 60 Stück Holy shit Wir wissen ganz genau Was uns das wieder einbringen wird Wenn ich jetzt mal so überlege Dass ich fast wieder 2 Millionen auf dem Konto Haben werde in der nächsten Zeit Obwohl wir schon 1 Million ausgegeben haben für den Obelisten Ist es einfach nur heftig Aber so langsam geht uns natürlich auch die Sternfrucht aus Das ist einfach eine logische Konsequenz aus unserem Material Was wir hier so raus prügeln Aber wir werden uns ja vorbereiten Also im nächsten Sommer Werden wir wieder richtig heftig anbauen Die Sternfrucht Da führt kein Weg dran vorbei Ne, hier ist nichts fertig Okay So Äh, da Hallöchen Was ist das hier? Doch Nein So Es ist vorbei Bye Bye Unimo Es ist vorbei So Also Das weg Das weg Das weg Das weg Süßkartoffeln Komisches Geräusch Ich nehme mal 20 Stück in den Kühlschrank So ein richtiger Messy Kühlschrank Wenn ich mir angucke, was da alles drin ist Vielleicht kann man Süßkartoffeln da später auch irgendwie noch verwenden So Dann Warte mal Wie war das? Ich hatte nicht genug Algen Oder? Seetang hatte ich nicht genug So Ähm Das bringt uns in die Berge Mit unserem Pferd sogar Großartig Wir werden jetzt das da oben ernten Und eigentlich habe ich das total doof gemacht Denn normalerweise hätte ich hier direkt Neue Neue Köder reintun können Wie ich einfach die ganzen Krabbenreusen eingesackt habe Mann Vielleicht brauchen wir doch nochmal eine Recyclemaschine So viele Krabbenreusen wie ich hier gerade leere Und wo ja nur Müll drin ist Krabbenreuse Kommen wir ja Dass wir da immer noch nicht Level 10 haben Beim Angeln Meine was soll ich denn noch tun? Was soll ich noch tun? Ich versuche es doch schon nach Besten Wissen und Gewissen So Komm Nein Danke 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 Thank you Wir haben auch lange nicht mehr beim Steinbruch nachgeschaut Vielleicht gibt es da mittlerweile auch wieder irgendwelche Das Geiles Meteoritenerz Nope Aber Was hier so natürlich auch nicht passieren wird Ist das hier anständiges Meteoritenerz nachwächst Wenn wir so viel Kram dazwischen haben Na das konnte man ja nicht weg machen Stimmt ja Hier könnte man by the way Und ich schäme mich schon Dass ich es sage Dass ich es anspreche Man könnte hier by the way auch Ähm Fässer Hinstellen Ich glaube aber nicht Dass wir es machen werden Weil es ist Es ist mittlerweile einfach zu viel Ich muss ja auch irgendwie Diese Fässer bestücken können Mit irgendwas Und Ich werde zu wenig Sternfrucht Machen können Für die ganzen Fässer Die hier überall Dann stehen würden Der Plan wäre auf jeden Fall Ein ziemlich kranker So machen wir einmal ein bisschen was weg Da oben ist noch Eisen Und Kupfer Sehr schön Du musst auch nicht hier stehen Mein Guter Das ist ein Steinbruch Wir haben schon wieder alles voll Es ist Es ist ein Graus Ich will eine verdammte Inventar Erweiterung Das kann doch nicht zu viel verlangt sein Ist es denn die Possibility Ah ja Hier erinnere ich mich auch noch dran Problem ist Wir kommen hier nie wieder raus Dann brauchen wir auch gar nicht Langreiten Na ich wollte euch doch nicht Verscheuchen Meine Guten Ich fahre gerade etwas ungelenk Weil ich Gerade Mit der anderen Hand Nein 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 das geht jetzt nicht so weiter Wie ihr glauben würde Dass es weiter geht Ich bin mit der anderen Hand Gerade an An dem anderen Rechner Weil ich was hochlade Da oben haben wir die Recycle Maschinen Da kriegte man doch teilweise Quarz raus oder Alles voll War ja klar Okay Einfach mal sieben Recycle Maschinen Dazustellen Ja geil Das ist doch schön Dann nützt uns das wenigstens etwas So dann machen wir die Brillen Da noch rein Und dann haben wir hier noch einen Da kommt dann Treibholz rein So dann hatten wir hier noch Iridium Wieder genug für drei Barren Wiederholz rein Untertitelung des ZDF, 2020